Wenn Sie das hier sehen, werde ich nicht mehr unter Ihnen weilen. Ich hätte gleich wissen müssen, dass das Ganze für mich kein gutes Ende nehmen wird. Jedoch hätte ich die Anzeichen früher erkennen sollen. Wie dem auch sei, werte Ermittler, ich bitte Sie, meinen Tod aufzuklären. Denn ich starb keines natürlichen Todes und ich beging auch keinen Selbstmord. Oder glauben Sie allen Ernstes, ich würde mich umbringen bei meinem Vermögen? Liebe Ermittler, ich wünsche Ihnen viel Spürsinn bei der Klärung dieses brisanten Falles. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl.